Hallo zusammen! Es wird vermutlich nicht mehr ein richtiges Auto, so äußerte sich Elon Musk gestern in einem Interview zum neuen Tesla Roadster. Der Tesla Roadster, der soll ja Ende des Jahres 2024 nochmal von Tesla neu vorgestellt werden. Alle Details zu diesem interessanten, für Elon nicht ganz einfachen Interview verrate ich euch gleich. Und der Cybertruck ist da. Da bedeutet in diesem Falle in Deutschland. Der erste Cybertruck ist in Berlin angekommen. Wir schauen uns das alles zusammen an. Bleibt also dran. Vorher wie immer noch der Hinweis auf den Sponsor, der dieses Video möglich macht. Bis gleich. Tesla Welt wird euch von Shop4Tesla präsentiert. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör für euren Tesla. Alles, was das Herz begehrt. Und das Beste daran ist, ihr könnt damit auch diesen Kanal fördern und bekommt noch 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla Welt. Mein Name ist David und wir sprechen wie immer hier über die Tesla News. Kürzlich habe ich noch darüber spekuliert. Und jetzt ist es soweit. Der Cybertruck ist in Deutschland angekommen. Noch nicht im Verkauf. Das wird noch eine Weile dauern. Allerdings in der Gigafactory Berlin-Brandenburg. Dort konnten ihn Mitarbeiter gestern zum allerersten Mal bestaunen. Tesla postete erstmal von der Giga Berlin-Brandenburg ein schönes Video mit einem neuen Banner. We are Giga. We are the future. Und dann konnten sich Tesla-Mitarbeiter den Cybertruck anschauen. Was hier auf dem Foto ausschaut wie ein komischer Carport, ist in Wirklichkeit eine Kiste, wo der Cybertruck drin war. Ein Highlight für jeden Tesla-Mitarbeiter. Der Cybertruck wird in der Giga Berlin bleiben. Ob er irgendwann mal in die Lobby kommt, wer weiß. Ja, und das ist sicherlich eine wichtige Info für euch Fans da draußen. Der Cybertruck ist im Moment nicht öffentlich ausgestellt. Es hilft also nichts, wenn ihr jetzt alle nach Grünheide fahrt. Bitte macht das nicht. Da müssen wir uns alle noch ein bisschen gedulden. Im Moment ist er lediglich für Mitarbeiter zugänglich. Einer davon ist Denis Schuck. Der schrieb hier, heute haben wir den einzigartigen Cybertruck in der Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg begrüßt. Es ist schwer, Worte für dieses besondere Auto zu finden, aber es ist in der Tat auf eine wunderbar futuristische Weise besonders und eine fantastische Ergänzung unseres disruptiven und innovativen Fahrzeugportfolios. Danke Gigafactory Texas an dieser Stelle. Ja, das hat Denis schön zusammengefasst. Tolle Bilder hier aus Grünheide und der Cybertruck, der ist nicht nur in Berlin angekommen, der ist auch inzwischen in Mexiko gelandet. Hier ein Post von Samuel Garcia, dem Governor von Nuevo Leon. Das ist die Gegend, wo die neue Tesla Gigafactory in Mexiko entstehen soll. Der erste Cybertruck ist in Mexiko angekommen, so schrieb er, und wir haben ihn in Monteri. Die Zukunft ist rosig. Samuel Garcia, der hat hier Spaß mit dem Cybertruck. Immerhin schon mal etwas, denn er wartet ja immer noch auf den offiziellen Spatenstich für die Gigafactory in Mexiko. Jetzt hat er zumindest schon mal das richtige Baustellenfahrzeug dafür. Ich habe euch ja erzählt, er hat mit dem Bau der Gigafactory schon mal ganz alleine angefangen. Ich glaube, der weitere Bau wird mit dem Cybertruck jetzt noch schneller vonstatten gehen. So, und um die Cybertruck-News noch abzurunden, gibt es hier ein tolles Foto von einem offiziellen Tesla-Rap zum Cybertruck. Hier eine Folierung in Satin Blue. Schaut absolut super aus. Hat ein User auf Reddit gepostet. Und auch wenn ich mir den Cybertruck vermutlich nicht folieren lassen würde, schaut das doch toll aus. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde es klasse. Dann habe ich noch ein kleines Quiz für euch. Was ist dreimal so groß wie das Pentagon und das schnellste Bauprojekt der Vereinigten Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg? Richtig, das ist die Gigafactory in Texas von Tesla. Die wurde in nur 16 Monaten gebaut. Das muss man sich mal vorstellen. Ein monströses Gebäude. Und diese Fakten, die stammen aus einem ganz neuen Interview mit Elon Musk zusammen, das gestern veröffentlicht wurde. Er wurde interviewt von jemandem namens Don Lennon. Und das Interview wurde mit großer Spannung erwartet, weil bekannt wurde im Vorfeld, dass Don Lennon Elon Musk während des Interviews stark verärgert hatte. Die Don Lennon Show, die ist brandneu, die sollte eigentlich als neues Format exklusiv auf X starten. Und zu diesem Start hatte Elon sich für dieses Interview bereit erklärt. Don Lennon, der gilt als jemand vom eher linken politischen Spektrum, auch wenn er das vielleicht gar nicht unbedingt selbst so sieht. Und Elon, der wollte ihn vielleicht auch ein bisschen als Gegengewicht zu eher konservativen Stimmen auf X haben. Doch nach diesem Interview, so hieß es, hätte Elon diesen Deal gecancelt. Das stimmt in dieser Form nicht, das hat Don Lennon direkt am Anfang des Interviews gesagt. Die ursprüngliche Absprache mit Elon Musk, die steht aber so in der ursprünglichen Form nicht mehr, das hat Don Lennon auch gesagt. Daher wird seine Show in Zukunft auf verschiedenen Plattformen gestreamt werden. Also, keine Exklusivität mehr für X an dieser Stelle. Ich habe mir das Interview angeschaut und ich kann euch nur sagen, schaut es euch selbst an, bildet euch selbst eine Meinung. Den Link dazu packe ich euch unten in die Beschreibung. Meiner Meinung nach war Don Lennon an einigen Stellen ziemlich fies zu Elon und an manchen sogar richtig unverschämt. Ich habe mich gewundert, dass Elon das so lange durchgehalten und mitgemacht hat. Er hat die Fragen weitgehend ruhig beantwortet, man konnte ihm aber deutlich ansehen, dass er am Schluss stinksauer war. Unverschämt persönlich wurde es zum Beispiel, als Don Lennon ihn nach verschriebenen Medikamenten fragte. Warum nehmen sie diese überhaupt? Hat die ein echter Arzt verschrieben? Missbrauchen sie diese Medikamente regelmäßig? Sie posten ja Dinge auf X spät in der Nacht, sind sie dabei total vollgedröhnt? Sind die Dinge, die sie posten, deswegen kontrovers, weil sie einfach zu dicht sind? Mit solchen Fragen sah sich Elon konfrontiert und er war dabei brutal offen und ehrlich. Er hat das Ganze sehr ruhig beantwortet und sich dabei sehr persönlich und auch sehr verletzlich gezeigt. Fand ich stark von ihm. Am Schluss sah man ihm aber deutlich an, dass er die Nase voll hat. Schaut es euch selbst an. Link gibt es unten in der Beschreibung. So, das war aber nicht das einzige Interessante an dem Interview, sondern Elon hat sich auch noch zu ein paar Dingen Tesla-bezogen geäußert. Zum Beispiel zum Cybertruck. Da sagte er, er wird sehr gut angenommen. Wir haben, glaube ich, über eine Million Bestellungen für den Cybertruck. Der Cybertruck ist eins dieser Produkte, die es nur einmal im Jahrzehnt gibt. Und ich denke, es ist unser bestes Produkt. Und dann gab es noch jede Menge Fragen zum Tesla Roadster. Dazu sagte Elon, die einzige Möglichkeit, etwas Cooleres als den Cybertruck zu schaffen, das ist, eine Kooperation zwischen SpaceX und Tesla anzustreben und daraus dann den Roadster zu entwickeln. Dadurch schaffen wir etwas, was vielleicht nicht mal mehr ein Auto ist. Und obwohl er hier nicht viel Preis geben wollte, hat er doch einige kleine Sachen verraten. Und der Tesla Roadster kommt mit einem Yoke-Steering, also mit einem Yoke-Lenkrad. Das wussten wir schon, denn der Prototyp hatte das bereits. Aber er kommt auch mit Steer-by-Wire. Es wird eine SpaceX-Tesla-Kollaboration sein. Und das Auto wird eine Art Raketentechnologie haben und vielleicht fliegen, so sagte er. Von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in weniger als einer Sekunde. Und wie gesagt, die Lenkung wird auch revolutionär. Wie bei einem Kampfjet, so sagte Elon. Und wer weiß, wenn Steer-by-Wire in den Roadster kommt, vielleicht hat Martin Hund ja an dieser Stelle dann auch recht. Und wir sehen Steer-by-Wire auch bald im Model S. Schönen Gruß an Martin an dieser Stelle. Ich würde mich freuen, wenn das so kommt. Weiter wurde Elon gefragt, ob der Roadster Flügel haben wird. Und er sagte, naja, zumindest keine großen. Interessante Kommentare hier also zum neuen Tesla Roadster, den wir mit etwas Glück Ende des Jahres präsentiert bekommen. Schaut euch das Interview gerne an. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Dann komme ich noch zu ein paar Kommentaren von Elon zum Thema FSD. Ich weiß, darüber rede ich sehr viel zur Zeit, aber da passiert auch ganz, ganz viel. Elon schrieb hier, drei bedeutende Verbesserungen an FSD werden im Zwei-Wochen-Takt ab jetzt eingeführt werden. Ende April oder Anfang Mai sollte die FSD dann wirklich glänzen. Und das eröffnet die Möglichkeit, dass Tesla dann im Anschluss kostenlose Tests anbietet. Denn das hatte Elon seinerzeit auch angekündigt. Hier ein alter Post von ihm vom 8. Mai 2023. Da schrieb er, sobald FSD reibungslos funktioniert und nicht nur einfach sicherer ist, werden wir einen kostenlosen Testmonat für alle Fahrzeuge in Nordamerika einführen. Dann werden wir es auf den Rest der Welt ausdehnen, nachdem wir sichergestellt haben, dass es auf den Straßen innerorts gut funktioniert und die Aufsichtsbehörden es im jeweiligen Land genehmigen. Ja, super spannend und vielleicht sehen wir das in den nächsten paar Monaten tatsächlich Realität werden. So, dann komme ich noch zu einer Story aus Indien. Indien kämpft ja um eine eigene Gigafactory. Ein Stein des Anstoßes bisher waren hohe Importzölle in Indien und das hat sich jetzt gerade geändert. Es gab eine Pressemitteilung der indischen Regierung, die schrieben, die Unionsregierung hat ein Programm genehmigt, das Indien als Produktionsstandort fördern soll, damit Elektroautos mit modernster Technologie im Land hergestellt werden können. Die Politik ist darauf ausgerichtet, Investitionen im Bereich der E-Fahrzeuge durch renommierte globale E-Fahrzeughersteller anzuziehen. Die Regelung ermöglicht Herstellern von E-Fahrzeugen den Zugang zu niedrigeren Einfuhrzöllen von 15% auf E-Fahrzeuge. Das gilt für Elektroautos im Wert von über 35.000 US-Dollar und das für einen Zeitraum von insgesamt 5 Jahren. Dafür gibt es allerdings drei Hauptvoraussetzungen. Zum einen muss der Hersteller über 500 Millionen US-Dollar investieren. Punkt zwei ist der Aufbau einer Elektroautoproduktion in Indien innerhalb von drei Jahren und die Teile dafür, die müssen zu 25% aus Indien selbst stammen, bis zum dritten Jahr der Produktion und zu 50% bis zum fünften Jahr der Produktion. Das ist, glaube ich, machbar. Und der dritte Punkt, vielleicht der unschönste, Es gibt nämlich ein Höchstlimit für die Autos. Es dürfen maximal 40.000 Autos eingeführt werden in dieser Zeit. Insgesamt maximal 8.000 pro Jahr. Und das ist natürlich nicht viel. Allerdings könnte Tesla mit dem Aufbau von Infrastruktur hier schon mal beginnen. Sie könnten also erste Service Center, erste Supercharger und so weiter bauen und vielleicht Model S und X nach Indien bringen. Zukünftig werden dort sicherlich nicht die teureren Modelle von Tesla im Vordergrund stehen, sondern die nächste Generation von Tesla-Fahrzeugen. Auch das könnte daher passen. Eine große Hürde ist damit für Tesla in Indien genommen, auch wenn sie mit Einschränkungen gilt. Ja, wenn das euch hier gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Darüber würde ich mich freuen. Ansonsten sehen und hören wir uns ganz bald schon wieder. Macht das ganz gut. Bis dahin, Tata. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla rein. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr unterstützt damit auch weiter den Kanal. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Produziert wurde die Sendung von DF Media Creations.